... um in der Station dem zuständigen Zonenmanager zu melden. Einen schönen Tag noch. Koron ist Mitte, hier Peyton. Hören Sie mich? Einer von diesen Tagen. Werkstatt gesperrt. Abgeschlossen. Es muss eine Entriegelung geben. Was sind das hier für Gespinste? Was sind das hier? Flack an der Neonröhren. Der Klassiker in jedem Horror Movie. Du brauchst Beweise, Jim. Sonst wird dir niemand glauben. Was ist der Handy nicht dabei? Ich malt Fotos. Ich will eine Aufnahme hiervon. Etwas ist hier los. Und die Zentrale gibt mir nicht die Antworten, die ich brauche. Wenn das Grollen unter der Basis nur der Boden ist, der wegen der Mine in Bewegung ist, warum greifen die Akkreden dann aus vier verschiedenen Richtungen die Basis an? Da muss mir kein Forscher mehr sagen, dass jemand die anstachelt. Das muss einfach aufhören. Das war's. Das ist das Grollen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es scheint halbwegs in der Wind zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss die Erde sein. Das muss die Erde sein. Das ist nicht mehr spannend, dass es Nerven zerfetzen. Das muss die Erde sein. Da muss ich wahrscheinlich irgendwo mit dem Haken hinspringen. Das muss die Erde sein. Da komme ich nicht wieder zurück. Da darf ich nicht drauf? Hä? Fallen lassen geht nicht. Da muss ich rüberspringen gehen. Irgendwo um sich. Ich stimme mich einhaken. Hä? Warum hängt die Platte da so komisch? Muss das so? Fängt der mit in der Luft? Das geht doch gar nicht. Jetzt fragst du dich wieder. Ist das ein Bug oder ist das gewollt so? Ja? 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 Ich muss sagen, ich hänge mal nicht schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 sehr unschön der ewig suchen das hindert mich irgendwie an früher mit den webseiten hier hast du ein 1024 x 7 68 bild ein pixel weiß auf weiß eine die gleiche farbe einer einpixeln muss morgen klicken dann kommst du weiter und da bist du mit der maus hin und her und her und hin und hin und her hier wo ist unser haustier schon mit gerechnet dass da was runterfliegt es war zu offensichtlich jetzt darfst du wieder suchen wo du hin musst also nicht hier Flickerflacker Da müssen wir einen Flickerfixer Ich hab gerade für mich Das ist ein Mann, das ist ein Mann. Was ist das denn? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Endlich Endlich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020